und so geht es dann weiter die ja 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 wo geht man denn jetzt lang sie und bauern bloß mit meinen Stahlkappen Stiefel verdammt cool oder hat er nicht kurz wäre Kopf überhängt ach man ich bin doch falsch rumgegangen ob es die Führer an den Anfang ja aha ich bin mal wieder zu doof für alles ey Stück Brot gerade ich hab kein Gehör und ich bin Null wow fuck der fettes Vieh ey Munition jawohl geh mal durch den Kasten ah das kenn ich da ist jetzt die Planete in so einem Kleinkasten da so wenn ich in der Stehkasten jetzt geh dann bin ich minimiert und bin in dem Kasten drin genial gemacht hammergeil ja wow der ist jetzt natürlich ne Riese was macht der jetzt ach du Scheiße komm da rein gut gut nein sterb man meine nicht gern nicht gern man fick dich was denn schnitt mit mit kommentar 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 aah das war das war füße an der wand wieder das betont was ist jetzt schon wieder was ist das scheiß drecksäure ich bringe das noch so weit jetzt noch zu fräckig bohr mann vor dem hohen ja wie wir schon das war der nicht gerade tot war doch ja war was passiert jetzt ich will gar nicht das ist interessant mal schauen was wir hier machen müssen ich sehe ein Panel das ist scheinbar auch ein bisschen mehr vor allem hier alles tun aus dem ja für diesen auf dem Raumschiff weiß ich nicht wo er ist so wie du bist du auch wachstum Oh, die schweben mal wieder an der Decke. Oh, wie war ich gerade? Was ist weiter? Oh, jetzt bleibt es stehen! Mann! Halt! Boah! Blöden Viecher. Der Ingame-Sound ist doch geil, Leute, oder? Der ist doch richtig geil. Ich bin wieder fast am Ende. Ah! Yo, hau ab! Ich bin da rüber. Ich will sagen. Ich wacke. Ah, benutzen wir mal eine Spinnengranate. Wir gucken, wie die abgeht. Wow! Ja, hatte gar nicht gewirkt, was das denn? Oder? Oh, doch. Hört ihr meine Herzschlag? Ich hoffe, du hohe Blutdruck gerade. Oh, jetzt muss ich irgendwie wieder so ein ekliges... Ah, da vorne ist es nicht. Ah, ich bin einfach. Wie soll ich diese Eier benennen? Ich nenne sie einfach C4-Eier. Weil hier so gut explodieren können. C4-Eier... explodieren. Okay. Wow, jetzt frack, Mann. Wie kein Headshot. Das sieht sich aus. Das sieht sich aus. Ja, wo muss ich denn jetzt sein? Oh nein, Leute. Ey, was mache ich denn jetzt? Oh nein! Es ist Zeit, um das Mörder zu lassen, Tommy. Zeit, um ein Teil des schweigen Feuer zu werden. Lass dich jetzt. Ja, cool. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Übergangssritten. Ich bin gespannt. Das kann man jetzt sehr unerwartet. Ne? Komm, Tommy. Komm, Tommy. Komm, Tommy. Ein Moment, großer. Was ist das? Was ist das? Wo bin ich? Wo bin ich? Talon wird dich. Talon? Talon? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Yo, geil. Wunderschöne Grafik. Ach, komm ich nicht hier. Boah, wie schön ist das denn, ey. Silugi. Ich sah, dass du sterben. Wo bin ich denn? Das ist das Land deiner Vater. Das Land der Angelegenheit. Wunderschöne Grafik. All that Cherokee crap, it's a bunch of superstitious bullshit. I don't believe this. Your beliefs will soon change. How did I get here? How did I get here? Your spirit guide, Talon, brought you here. Talon? My pet hawk? He's been dead since I was a boy. He's been dead since I was a boy. All your life you have rejected the ways of your ancestors. Now, you must embrace your heritage if you are to survive. No, I don't have time for this. Jen's in trouble. I've got to find her. You must learn the old medicine, Tommy. It's the only way. Let me show you. Let me show you. Also, nochmal eine kurze Umfassung. Der Tommy soll das Werk des Chirurgi lernen. Aber er hat darauf... Kein Bock, weil es ja eh nur Schwachsinn ist. Aber er... Wird es lernen, weil es ist komisch am Spiel nicht weiter. Ne? Also spielen wir einfach mal drauf los. Oh, guckt euch die Landschaft an. Ey, das ist nochmal geil. Hier ist Hammer. Wie die Türen sich auflösen, ey. Echt schön. Oh, bin ich nett. Let me out of here. I've got to get back to Jen. You must believe in these old ways. If you are to succeed, you must step outside your earthbound shelter. Let your spirit carry you where your body cannot pass through the fire. Seelenwanderung. Ey, cool. Good. You may now return to your body. Boah, das war ja sowas von ein schwieriger Test. You may now return to your body. You may now return to your body. No mortal obstacle can stand in the path of your spirit. You become like a chameleon who moves unseen, invisible. Okay, I've passed you little test. Send me back. First, you must master the bull. You must learn to fight. Good, not a problem. The army taught me to kill. Remember? Ah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Now it is time to fight with your own. Go to the spirit case. Amen.